Dynamo! 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 Ich bin gerade in Dortmund bei dem Viedspiel. Dynamo Kiew spielt gegen Borussia. Das ist ein sehr wichtiges Zeichen. 35.000 Zuschauer, 400.000 Euro wurde gesammelt. Aber ich habe das auch was gesammelt, und zwar Interviews vor dem Spiel. Warum bist du hier? Um für die Ukraine einzustehen. Ich bin hier schon drei Jahre alt. Ich bin sehr froh, dass ich hier in den Letions gekommen bin. Ich unterstütze Dynamo Kiew und alle Ukraine. Ich bin zusammen. Das ist eine sehr schwierige Stunde. Das bedeutet für mich sehr viel. Das Wichtigste ist natürlich die Leute zu verbinden. Die Ukrainer, die hier hinkommen, können alle hier kostenlos zum Spiel kommen. Tausende sind gekommen. Das ist sehr wichtig. Man verbindet die Leute. Die Leute sind hier herzlich willkommen, die Ukrainer. Ich bin seit 18 Jahren hier. Und es ist sehr geil hier. Wir sind in Kharkov. Oh, ich bin auch hier. Wir sind hierher. 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 Aber Sie sind hierher. Aber Sie sind hierher. Oder Sie sind hierher? Ja, hierher. Ja, hierher. Aber diese Leute sind hierher. Ich bin hierher. Ich bin hierher. Ich bin hierher. Ich bin hierher. gerade mit unserer aktuellen U13, die wir betreuen. Wir haben gedacht, wir tun damit eine Solidarität in den schweren Zeiten der Ukrainer. Und das sollte nicht nur der Maßstab sein für uns, die heute bei dem Regen hier sind, sondern auch für jeden, der Solidarität zeigt, Anerkennung und Respekt gegenüber dem, was da gerade ist und das, was die Leute gerade durchmachen gerade in der Ukraine. Und ich finde, wenn wir als Jugendmannschaft einen Beitrag dazu leisten können, mit den Eltern im Hintergrund machen wir schon mal vieles richtig. Für uns heute das Hauptsache ist die Unterstützung unserer Regierung. Das, was jetzt passiert, ist natürlich schwierig und wichtig für jeden von Ukrainern. Deshalb haben wir heute in der ersten Reihe zu unterstützen, zu unterstützen unseren Klub. Dynamo Kyiv. Die Champions in unseren Herz. Ukraine, 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 Ukraine. Ich bin auf Fußball. Auf Fußball? Okay. Und was ist wichtig? Fußball oder Unterstützung der Ukraine? Unterstützung der Ukraine. Und Mutter, warum? Wir unterstützen unsere Ukraine. Wir wollen, dass die Kriege der Krieg ist. Wir wollen, dass die Krieg ist. Wir wollen, dass die Kriege und die Kriege zurückkommen. Und dass sie wieder zurückkommen. Warum Sie hier sind? Weil ich komme mit meiner Freundin mit meiner Freundin, um die Dynamo Kyiv und Borussia Dortmund. Ja. Wir alle wollen sagen, stop die Krieg. Bitte, stop die Krieg. Ich bin hier. Ich bin hier, um die Ukraine zu unterstützen. Ich bin ein Fanat der Kivischen Dynamo. Aber jetzt ist nicht der Zeit, wenn wir haben, dass wir ein Dynamo oder nicht Dynamo oder Dynamo oder etwas anderes machen. Ich bin hier. 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 Und ich wünsche mir, dass in Ukraine auch bald Krieg vorbei ist. Und dass die Leute einfach nach Hause wieder zurückkehren, solange da könnt ihr natürlich hier bleiben und versuchen in Ruhe zu leben. Ich bin hier, wie in Niembrunnen? Wie in Bündnis? Wie in Bündnis? Wie aus Kiefer. Als Bündnis? Wir sind nicht die Fußballerinnen. Aber wir kamen. Wir haben hier, weil wir uns sehen, dass sie Euch haben. Wir sehen, dass sie die Welt der Welt haben. und alles. Aber wir wollen für die Ukraine und wollen sie zu sehen. Das war's für heute. Wir glauben in die Zukunft der Kriege. Wir wünschen uns die Gesundheit und die Freiheit. Wir werden sie uns unterstützen, aber sie uns schütten von dem, dass sie in unserer Regierung sind. Wir sehr, sehr bitten, dass sie nicht fallen. Es ist wichtig, dass das Kiew heute gewinnt? Wir sind schon gut. Aber Ukraina muss gewinnen? Ja, Ukraina muss gewinnen. Geroem Slava! Geroem Slava! Geroem Slava! Geroem Slava! Geroem Slava! Geroem Slava!